Haha, wir machen es nochmal. Das bringt gar nichts, das bringt gar nichts, ich weiß nicht wo ich lang muss, ach man, ich will das Spiel doch bloß durchspielen. Okay, ähm, überlege, überlege. Wo sind hier Fensterscheiben? Einfache Fensterscheiben, gibt es hier nichts, alles ab, fangen wir mal an. Wie war denn das im Film? Da hat er irgendwas genommen und hat das gegen die... Ja, hier, guck, na, ich spür's nicht. Das dauert zu lange. Okay, wir gehen jetzt mal hier. Das ist ein Raum, da nützt mir gar nichts. Dann gehen wir hier lang. Hier ist der Schlüssel, merk dir das mal. Ja, also... Da war abgeschlossen. Da war abgeschlossen. 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 Ah, Gesteinhalt. Es geht nicht hoch. Es geht nicht hoch. Stimmt. Ah. Halt, wenn ich hier hoch... Und wenn ich... Ach. Das macht keinen Spaß. Der ist kaputt. So. Hier komm ich nicht weiter. Komme ich hier weiter? Ja. Hier war ich schon mal. So. Was ist hier? Ah. Oh Gott. Das ist ein Labyrinth hier. Den Feueralarm haben wir wieder abgestellt, mein Freund. Es wird also niemand kommen, der euch hier rausholt. Also lass die Scheiße und komm wieder zu den anderen. Ich verspreche, dir passiert nichts. Oh. Ich hab hier so das Gefühl... Wo ist er denn? Ah, Fett... Ah, Fettbrücher, oh, was will ich sich... Fuck! Jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal suchen... Jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal suchen. Drecksscheiße hier... Oh. Wer flucht nochmal? Warum konnte ich nichts dagegen tun? Weil ich dann genauso tot wäre. Ok... Jetzt... Jetzt ist er... Denk nach! Verdammt nochmal. Der Feueralarm. Komm schon Baby, komm zu Papa. Ihr kriegt auch ne schicke neue Feuerwehrmütze. Ich muss... Jo. Das gibt's doch nicht. Wo bist hin du hin? Du Sack. Ich krieg ein Hals. Jetzt kann ich wahrscheinlich alles rausschneiden hier. Also, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Ein Wachmann hat keine Chance. So. Einmal. Zweimal. Spritzer. Dreimal. Komm her jetzt hier. Wo bist du? Gibt's denn noch einen? Was ist dieser gedacht? Jetzt sammeln wir erstmal einfach schöne Mohn ein, ihr kleinen Spritzer. Zack. Zack. So. Das ist ja relativ einfach beim zweiten Anlaufen. Jetzt muss ich mir bloß nochmal schnell diese... Diese Dings holen hier, diese Axt. Na, die Axt. Äh. Tauschen wir das doch. Gegen. So. Okay. Machen wir so. Aber die... Müssen wir erstmal nachladen. Und dann müssen wir dem Spritzer auch schön bauen, die Fresse hauen. Jetzt kommt drauf an, wo der ist. Hm. Zack. Zack. Verdammt. Brauchen wir nicht mehr. So. Und jetzt gehen wir einfach mal hier weiter. Jawohl. Schön weitergehen. Schön weitergehen. Den Feueralarm haben wir wieder abgestellt, mein Freund. Das ist mal so simpel. Es wird also niemand kommen, der euch hier rausholt. Also lass die Scheiße und komm wieder zu den anderen. Ich verspreche, dir passiert nichts. Ja, natürlich nicht. Ah, Mist. Nicht so. Ich weiß nicht. Ich muss meine... Meine Maus... ...die ich verspreche. Eine Stelle hier, die ist viel zu high. Viel zu hoch. Aha, jetzt habe ich Demo noch. Und wo ist der Spritzer? Wie heißt der? John? Dieser, dieser... ...kleine Spritz-Wichser. Oh, was ist denn da? Ich muss weg. Das sieht nicht gut aus. Ich bin ein, kein guter Spieler. Jetzt muss ich das ganze Schatz noch mal von vorne machen. Hey, das dauert ja ewig. Soll ich das nicht auf leicht spielen? So, nochmal. Warum konnte ich nichts dagegen tun? Jetzt muss ich erstmal den Scheiß noch mal auslösen. Der Feuer-Alarm. Denk nach, verdammt nochmal. Komm schon, Baby. Komm zu Papa. Ihr kriegt auch eine schicke neue Feuerwehrmütze. Die Fresse jetzt hier. Das nervt. Wo ist die Mucke? Die Mucke ist weg. Wo ist die Mucke? Ah. Komm schon. Na, das muss doch was bringen. Ist ja noch einer. Wo war ja noch einer. Oh. Ja, hier haben wir noch zwei. Da war noch einer. Hab ich den seine Waffe? Ah, komm her. Mein guter. So, sorry. Für die kurze Störung. Ich muss jetzt mal überlegen, wo waren wir denn? Und, ah, hier muss man lang. Jawohl. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Komm her, du Sack. Komm her. Oh, Mist. Oh, Mist. Ach, der Tod. Er flucht nochmal, warum konnte ich nichts dagegen tun. Übelst nervig. Weil ich dann genauso tot wäre. Der Feuer hat. Denk nach, verdammt nochmal, denk nach. Komm schon, Baby, komm zu Papa. Ihr kriegt auch eine schicke neue Feuerwehrmütze. Der nächste, bitte. Komm jetzt, komm, komm, komm. Ich muss ja relativ schnell durch, Mensch. Es kann doch nicht sein. Könnte das ein weiterer Wachmann gewesen sein? Ein Wachmann hat keine Chance an... So, jetzt ihre Waffen aufgenommen und dann aber ab. Halt. Ja, lang. Ja, nicht. Doch. Ja, nee. Ach, Mist. Wo ist der lang? Ah, hier. Okay. Stirb. Sack. So, komm, ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Ich habe Scheiße gebaut. Oh, fuck ey. Den Feueralarm haben wir wieder abgestellt, mein Freund. Das haben wir schon tausendmal gesehen. Es wird also niemand kommen. Komm, mach hin. Erwisch mich so einfach. Okay. Ich glaube, ich muss das Ganze nicht leicht spielen. Das ist ja unklar. Komm raus, ich will dich sehen. Richtig nicht. Du bist hässlich. So. Ich habe nur noch einen Punkt Gesundheit. Das ist scheiße. Wieso ist denn hier kein... Kein, kein... Also, ich schieße ja schon. Ich bin noch gar nicht da. Das gibt es doch gar nicht. Das macht eine Pistole. Okay, komm her. Ach, scheiße. Ich muss die Mission ja bestehen. Die Mission muss ich bestehen. Wer flucht nochmal? Warum konnte ich nichts dagegen tun? Weil ich dann genauso tot wäre. Der Feueralarm. Komm, denk nach, verdammt nochmal. Denk nach. Wie viel denn noch? Wo denn? Wo, wo, wo? Komm, ich ja jetzt hier. Los. Das sind die drei Typen. Ich sehe sie doch. Irgendwann sehe ich sie. Vorbeizukommen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wer auch immer es ist, wir sollten ihn ja... Ja, ich sehe das. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020